Moin Bjarne Moin Wie fühlst dich heute? Krank Soll ich dir einen Tee machen oder lieber Waren wickeln? Beides nicht Okay, dann nicht, aber was wollen wir gleich essen? Steak Und einen schönen Rotwein dazu? Dann doch lieber ein Bier Du trinkst lieber Bier? Schon gut, hast ja recht Aber du bezahlst Das seh ich nicht ein Na du bist ja lustig Du arbeitest auf meinem Fernsehen und verdienst viel mehr wie ich So lustig finde ich mich eigentlich gar nicht